Salve, Atuti. Also was die EZB da hinterlassen hat, das ist ein Trümmerfeld. Ich war mir dessen bewusst, dass die FED nicht so besonders reinhauen wird, also in die Kurse, aber was die EZB da gebracht hat, das war also die schlechteste aller Alternativen. Einerseits zu sagen, ja, wir reduzieren mal die Zinsen und dann direkt im Nachsatz, ja, das können wir mal noch ein paar Mal machen, eben den Zinssatz von 0,5 weiter zu erhöhen, statt zu sagen, so, wir machen die 0,75 und gucken da mal im Januar drauf. Also sie hinterlässt die Börse einer gewissen Unsicherheit und genau das ist das, was Börsen nicht brauchen. Deswegen haben wir dann jetzt hier also diese Range hier verlassen und ich bin jetzt also auch gezwungen, komplett neue Linien zu ziehen. Ich habe gedacht, das hat vielleicht was Edukatives, wenn ich das jetzt mit euch zusammen mache. Zum einen lasse ich hier vom All-Time-High bis zu dem Jahres-Low, lasse ich die FIBOS drinnen. So, dann fangen wir mal an. Die Range haben wir jetzt verlassen. Vor diesem Hintergrund kann ich die hier rausnehmen. Wir haben aber auch diese Unterstützung, was ehemals ein Widerstand war, auch nachhaltig unterboten. Die kann auch raus. Weg damit. So, jetzt habe ich den Chart schon ein bisschen sauberer und ich mache den jetzt mal hier auch etwas besser zum Darstellen. Wenn ich mich das jetzt anschaue, das hier ist die 200-Tage-Linie und die liegt so um die 13.565. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann haben wir hier immer noch das alte, vom All-Time-High zum Low, das 38er, das ehemals 38er Retracement. Interessanterweise verbindet sich das mit der 200-Tage-Linie und diesem Zwischenhoch, was wir hatten im September. Das war, jetzt muss ich gerade mal schauen, um es ganz genau zu sagen, das war das, wo ist denn das hoch? 13.564. Das sind dann schon mal zwei Linien, die zusammenkommen, beziehungsweise drei. FIBO, 200-Tage-Linie und Chart-Unterstützung. Jetzt will ich mal gucken, was kann ich noch damit anfangen. Jetzt ziehe ich einfach mal von dem Low, was wir hatten, die FIBOs hier hoch. Ich sehe, oder vielmehr, ich lege sie nicht hier oben auf der Spitze an, weil das ja nur so ein Mini-Peak war. Dieser klassische False-Breakout, dieser Fehlausbruch, den ich letzte Woche beschrieben habe. Ich gehe dahin, wo wir häufiger gehandelt haben. Und dann, von dieser Bewegung hier, ergibt sich, dass genau das 38er auch hier liegt, im Bereich 13.000, das liegt bei 13.543. Das heißt für mich, zusammenfassend, ich habe eine Kombination aus 200-Tage-Linie, dem 38er-Retracement von dieser Bewegung und dem alten Retracement von der All-Time-High-zu-Jahres-Low-Bewegung plus diesem Chartpunkt. Das wäre also die perfekte Korrektur von dieser gesamten Bewegung runter bis zum 38er, hier, auf die 15.500, sagen wir mal, das ist dann Bereich, 15.540 bis 60. Das wäre perfekt. Back to Breakout. Weil wir sind ja dann hier auch ausgebrochen, da, und den zweiten Ausbruch hatten wir 13.950. Und den haben wir, da hätte ich wirklich gedacht, da bleibt ein bisschen länger, den haben wir aber komplett einmal durchgejagt. Eben weil die Leute sind, tja, irritiert über das, was die EZB da gemacht hat. Also ich verstehe es auch nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Dann hat man natürlich am Freitag auch den Verfalltermin. Auffallend war, im positiven Sinne, dass von den ersten zehn Werten, die ich hier auf meinen Listen habe, das ist eine Mischung aus DAX und Eurostox, da war die Commerzbank dabei, die Unikredit, die Deutsche Bank, die BNP, die ING, also alle Banken sind erstmal wieder gegen einen insgesamt fallenden Markt gestiegen. Ich habe also auch Deutsche Bank gekauft, so bei 9,75 rum, und das war nicht eine Sekunde negativ. Ich habe aber auch Bayer gekauft bei 50, weil ich dachte, die sehen die 50 nochmal verfalltagsbezogen. Aber dass sie dann gleich runtergereicht werden auf 48,5, habe ich nicht gedacht. Ich habe die Position trotzdem noch. Die habe ich, weil ich glaube, dass da doch einiges wegen dem Optionsverfall dahinter steckt. Aber so muss ich jetzt den Chart erstmal sehen. Wie gesagt, lass den Schnüppel hier oben raus, nehmt den, oder legt die Linie da an, wo die Umsätze waren. 1, 2, 3, 4, natürlich hier auch 5. Und dieser Bereich hier, das wäre die perfekte Korrektur. Jetzt ist der Markt nicht perfekt. Deswegen gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich noch bis 13.600 fallen werden. Und dann fange ich definitiv schon wieder an zu kaufen. Nicht das volle Size, sondern das geht dann so 20%weise, gehe ich dann da rein und kaufe dann alle 20 Punkte wieder was. Allerdings, ich werde höher gehebelt reingehen, so mit Schein, so mit Basis 13.400, 13.450. Wir sind von der Technik her natürlich weiter negativ. Die hatte sich ja hier über das MACD, beziehungsweise hier schon gedreht. Und die Serastik ist zwar tief, aber da rührt sich nichts nach oben. Also ich muss davon ausgehen, dass wir das jetzt sehen. Widerstand ist jetzt diese Linie hier. Bei 14.100, wo ist sie denn? Da, hier war sie, die Abrisskante. 14.150 sind wir also hier. Rups, da. Das ist jetzt ein Widerstand. Damit muss man immer rechnen, dass wir da von unten auch mal wieder hochgehen können. Denn die Bänder, super eng, das waren glaube ich 369 Punkte, die sind jetzt schon fast wieder an 700. Die haben sich fast verdoppelt. Muss auch sein. Und die gehen halt auch richtig auf. Die Volumina, die gehandelt wurden, würde ich jetzt gar nicht mal so ernst nehmen, weil das ist in erster Linie auch geschuldet, dem Verfalltermin. Aber trotzdem waren die höher als in der ganzen Zeit. Wir haben diese Range verlassen. Und von dem Hintergrund muss ich davon ausgehen, dass wir jetzt erstmal eine größere Richtung einschlagen. Und nochmal, da kommen wir hier auf die 13.550. Nächste Woche, bevor ich jetzt zu den Scheinen komme, nächste Woche werde ich am Donnerstag den letzten Film machen und ich werde den Mittwochfilm auf Dienstag vorziehen. Weil am Freitag, soweit ich weiß, handeln wir nur bis 14 Uhr. Und ich muss auch noch so ein paar Weihnachtsdinger da besorgen, um das zu wissen. Dann ist mir folgendes aufgefallen. Ich habe eine Mail bekommen. Und zwar habe ich neulich meine Homepage umziehen müssen. Das ist dieses Webinar, was ich am 21. und 22. machen will. Und wer hier versucht hat, mir zu schreiben, das ist anscheinend nicht mit umgezogen bei dem Umzug der Homepage. Mit Mühe und Not habe ich jetzt eine Adresse rausgefunden, der hier geschrieben hat. Es kam nicht an. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, ich habe das jetzt alles ändern lassen, dann geht das hier auf die Homepage, da schlegel-trading.com und dann könnt ihr das hier dann dementsprechend eingeben. Und jetzt kommt es auch an. Also wirklich blöd. Alles ist umgezogen. Zu Glück mache ich sowas nicht. Da habe ich also eine, die ich zusammenscheißen kann. Aber ich bin zu doof für sowas, um das zu machen. Aber es ist nochmal hier, 21. und 22. Januar. Könnt ihr euch ja nochmal überlegen. Jetzt kommen wir zu den Scheinen. Ich habe es so gemacht. Ich muss die ein bisschen weiter wegnehmen. Weil in einem Trümmerfeld zu laufen, das ist auch nicht so besonders schick. Von den Calls her. Ich habe einen, der ist ein bisschen gemütlicher. 12.954. Da sind wir also hier ungefähr. Da. Unterhalb von dieser kleinen Korrektur hier. Das ist die GZ2R6K. Im Moment ein Hebel 14. Da habe ich einen, der ein bisschen heiser ist. 13.194. Da sind wir unterhalb von dem 50er Retracement. Von dieser Bewegung hier. Und das ist die KG9Z0N. Ich komme beide in Frage, wenn wir im Bereich der 200-Tage-Linie sind. Wie gesagt, ich werde da ein bisschen höher gehebelt reingehen. Aber das kann ich hier schlecht schreiben. Oder sagen vielmehr. Oder zeigen. Deswegen, das wird die interessante Zone werden. Und da kommen die beiden, je nach Gusto, auf jeden Fall in Frage. Von dem Putz her. Habe ich eingenommen 14.539. Da sind wir hier. Hier hinter. Also deutlich hinter der 20-Tage-Linie, die jetzt auch schon wieder anfängt zu fallen. Das ist im Moment ein 21er Hebel. Ist die KH1 PE5. Tja, wann kommt der ins Spiel? Eigentlich gucke ich mir den an, wenn wir diese Abrisskante, von der ich eben sprach, bei 14.151 sehen. Dann kommt der für mich auf jeden Fall eine Frage, um mal anzuschauen, was macht der Markt. Ich habe ja letzte Woche am, ich weiß jetzt gar nicht wann, das war als diese, das war, ach genau, das war Dienstag. Also auf einmal alles so heftig hochstieg. Es war dieser Tag hier. Da hatte ich ja alles verkauft. Ich habe nur Daytrading gemacht und dann, wie gesagt, mal Deutsche Bank gekauft am Freitag und auch Bayer. Und ich werde auch dabei bleiben. Ich möchte über die langen Feiertage und so möchte ich jetzt eigentlich nichts haben. Es wird nächste Woche mit Sicherheit ein bisschen ruhiger werden. Das glaube ich also schon. Wirklich ruhig sollte es werden ab dem, was ist denn das dann, 26., 27. Allerdings habe ich diese Tage zwischen den Jahren, die habe ich schon gesehen, mit ganz wenig Volumen und überhaupt nichts passiert. Ich habe es hier aber auch gesehen, mit ganz wenig Volumen und da boxt der Papst im Kettenhemd. Also es ist nicht vorauszusehen, was da wirklich passiert, umsatzmäßig und kursmäßig. Da kann alles passieren. Aber tatsächlich wird der Profsinnhandel dann eher weg sein und ich glaube nicht, dass neue Positionen aufgebaut werden. Dann habe ich einen, der liegt höher, bei 14.792. Da sind wir also auch hier hinter, noch weiter hier oben. Hier, hier sogar, über dem oberen Bann. Wie bei dem letzten Hoch. Im Moment ein Hebel 15, das ist die GK0XQ3. So, gerade mal auf meinen Zettel geschaut. Das Webinar habe ich gesagt. Nächste Woche, wie gesagt, am Donnerstag mache ich den letzten Film. Ich werde zwischen den Jahren versuchen, weil ich bin dann auch weg, zwischen den Jahren versuchen, Ausblicke zu machen. Für DAX, für DAO, für NASDAQ, für MDAX und wahrscheinlich auch Stanpur. Ich muss gucken, vielleicht auch Euro-Stocks. Aber ich werde so einige Dinge machen. Aber wenn ich mir das jetzt hier schon so anschaue, ich nehme mal den raus, gehe ich davon aus, gehe mit euch mal auf die Woche, gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten drei Monaten, sagen wir mal bis Ende März, uns eher in der Range befinden werden. Die liegen wir zwischen 14.600 und irgendwo 13.000, ganz grob, für die nächsten drei Monate. Weil hier wird es negativ, hier wird es noch nicht ganz negativ. Also, nochmal, ich finde die Entscheidung, so wie sie geteilt wurde von der EZB, nicht so optimal. Es ist einfach zu viel Unsicherheit drin. Gut, dann wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.